Die Entscheidung fiel mir nicht einfach. Ich habe, wie gesagt, drei Jahre lang nach einem Arzt gesucht auf Instagram. Hallo, ich bin die Bahad, ich komme aus Stuttgart. Ich habe mich für eine OP entschieden, die ich mir schon sehr lange vorgenommen hatte, beziehungsweise ging es um einen Implantataustausch, die ich vor circa 14 Jahren gemacht habe. Auch nach zwei Kindern ein bisschen mehr Volumen reinzubringen, habe ich mich für etwas größere Implantate entschieden. Letztendlich habe ich dann einen Instagram-Account aufgemacht, um auf die Suche zu gehen für einen Arzt. Ein Chirurgen, der das bei mir durchführen kann und bin dann tatsächlich auf Dr. Seva Tata. Ich hatte wirklich eine sehr angenehme Zeit. Ich habe die Zeit nach der OP direkt am nächsten Tag genutzt, habe mich in Istanbul frei laufen lassen, habe Zeit mit meiner Familie verbracht, war ständig unterwegs, hatte wie gesagt null Beschwerden. Und das war das absolut Positive, was ich hier erlebt habe. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig und wie richtig auch meine Entscheidung war mit Dr. Seva Tata.